Die Stadt, wenn sie erwacht, das ist ein ganz besonderer Moment. Meine Stadt. Eine Stadt in Bewegung. Die Menschen hier einfach gut drauf. Typisch badisch, diese Gelassenheit. So wie auch das Klima hier. Hier ist so ziemlich alles möglich. Wiege der deutschen Demokratie. Heute werden hier unsere Grundrechte verteidigt. Das hat der schon alles gesehen. Deutschlands oberstes Gericht. Weitreichende Entscheidungen. Und gleich nebenan die vierte Gewalt. Ohne sie keine echte Demokratie. Mobilität aus Karlsruhe. Badische Visionen, auf die ganz Deutschland stolz ist. Innovativ in Forschung und Wissenschaft. Hier wird Zukunft entwickelt. Motor der Digitalisierung. Deutschlands erster IT-Lehrstuhl wurde hier eingerichtet. Visionen von heute. Technologien von morgen. Global Players. Hidden Champions. Spitzenprodukte aus Karlsruhe. Für die ganze Welt. Nachhaltig wachsen. Intelligent vernetzen. Gute Infrastruktur für starke Unternehmen. Raum für frische Ideen und starke Netzwerke. Eine attraktive Innenstadt. Hier wird Shopping zum Erlebnis. Zentrum der Medienkunst. globale Impulse für eine globale Gesellschaft. Kunst bewegt und inspiriert. Kunst zum Anfassen und zum Mitmachen. Kultur für alle Sinne. Egal auf welcher Bühne. Visionär. Spektakulär. Einfach magisch. Ideen fördern. Ideen fördern. Räume schaffen. Impulse setzen. Horizonte erweitern. Die badische Lebensart genießen. Und jedes Jahr im Sommer? Mit dem Herzen dabei. Das Fest. Leidenschaften mit guten Freunden teilen. Oder einfach mit allen. Erfrischung gefällig. Intakte Natur. So nah. So nah. Lebensfreude, die begeistert. hier im Südwesten. Hier im Südwesten. In Baden. In unserer Stadt. Karlsruhe. Stadt in Bewegung. In unserer Stadt. In unserer Stadt. Stimme. Schöne.